willkommen zurück bei blacktreegaming mit arim und dem phil servus so nachdem wir in der letzten folge beide gestorben sind haben wir uns jetzt hier kurz eine auszeit gegönnt haben uns rehabilitiert wir haben die betten oben versetzt das mit wir die wände einbauen können unser baumeister phil baut es die wände fertig und der forscher achim sucht weiter nach bambusel genau der aktuellen stand ja gehst du jetzt einfach durch rum oder gehst du auf die unsere insel ich gucke jetzt hier einfach noch auf der auf der karte und auf die insel ist schon noch ein riesen fest weil ich komme ja kann ja da drunter klettern müssen wir eigentlich den ganzen weg jetzt zurücknehmen deshalb suche jetzt erstmal hier noch weiter in der hoffnung aber das wird schon optimistisch also soll der bazar drinnen und dann geht es weiter. Ja, holen diese ganze Zeug jetzt erstmal wieder in die Leerbunker rein. Ja, jetzt hab ich wieder Viecher an mir. Warum nur? Jetzt hab ich keine Salbe. Du meinst Anti-Viecher-Spray? Mhm. Glaube ich nicht. So, los geht's. Ich glaube, wenn wir das mal haben, dann müssen wir mal auf Jagd gehen, dass wir mal wieder Fleisch kriegen. Mhm. Beziehungsweise, wenn wir dann mal die Räucherstation noch haben, oben. Ja. Vielleicht erstaunen. Also das heißt, wenn wir das Bambus haben, Räucherstation. Mhm. Ja, können wir so machen. Ich verbrauch jetzt noch... Ich hab, glaube ich, noch zwei oder drei... Ähm, Asche. Mhm. Wenn ich die dann leer hab, die Lehm-Dinger, dann äh... Müsste das Haus eigentlich... Eigentlich fertig sein, ja. Wobei, wenn wir... Nein, ne, stimmt nicht. Ich hab noch drei Wände. Ne, reicht noch nicht. So. Die Rückwand von den... Von den Betten, also wo man jetzt praktisch nach hinten schaut. Soll ich euch da auch Fenster reinmachen, oder soll ich da... Ja. Ich würd's auch sagen, Fenster. Gut. Weil es einfach sehr dunkel dann wird. Ja. Ja. Könnten sie da noch Weiß streichen. Ha. Ja. Mit Vogelscheiße. Ja. 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 Was ich im Schlamm rumwühle, und das ist der Wahnsinn. Du bist halt die richtige Drecksaug. Ja, wir müssen jetzt das mal sauber machen hier. Ist ja furchtbar. Ich mach mich eh gleich wieder dreckig, aber wenigstens bissl. Machst du eigentlich komplett fit jetzt, wo du losgelaufen bist? Jupp. Okay. Komplett fit und ausgeübt. Dann will ich mal ne Erfolgsmeldung haben von deinen Expedition, du. Hm, ich auch. Ich hab ja echt Schiss, gell? Hm. Weil wir ja schon so lang nix mehr gehört haben von den Kakten einfordern. Ja. Du kannst ja nochmal versuchen zu erklären, wie du das gemeint hast mit dem... ...nach hinten oder was? Du wolltest doch irgendwie noch anbauen da hinten. Genau, also wenn du dann quasi auf dem Dach stehst. Ja. Sondern quasi auf der anderen Seite von hoch und runter gehen kannst. Wieder. Ach so. Ah, okay. Lass mir praktisch noch ne Stufe reinbauen, wo man hoch und runter gehen kann. Genau. Genau. Okay. So, dann bauen wir jetzt mal die LED-Dinge hier rein. Das LED-Fenster. Richtig ergiebige Bananenstaude Guard. Da waren sechs Bananen dran. Das hast du auch nicht oft. Nee. Erinnerst du mich grad an was? Mhm. Aber Proteine brauchen wir hier. So, dann nehmen wir ein wenig Leben. So. Leben nehmen. Mein Wasser drin wär wär's auch nicht schlecht. Ist meistens ein Vorteil, gell? So ein Wasserspender, der in den Lehmding rein tropft. Das wär's. Du träumst schon wieder, gell? Von Konstruktionen. Mhm. Ich wüsste auch schon, wie ich's mach. Wie? Also an jeder Ecke einen langen Stock, der in die Mitte kommt. Dann ein Trichter oben hin. Konstruktion schon wieder voll. Ja. 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 wählen und dann gehe ich hoch und wohl noch die letzten stücke wenn du irgendwie fleisch mitbringen können das wäre mega ich habe jetzt vier oder fünf vogelschlinge schon im rucksack das war knapp ein hauch von einem roten strich hatte ich noch so jetzt wollen noch acht stücke dann nur noch die lehmwand noch hin klatschen und dann ist das haus oben fertig dann können wir uns überlegen ob wir deinen abgang da hinten noch machen wo du gemeint hast da brauchen wir eigentlich nur noch ein protest wenn ich jetzt richtig kommt darauf an wie viel wir dann machen wollen aber dann hast du dort hinten schon viel platz vor allem kommt es darauf an wie viel wir machen müssen also halt quatsch ich muss mich jetzt auch mal dann gleich mal hinlegen so da gehe ich mal holz holen du es du es du es du es du es dieses scheiß kämpfisch der ist nervigste also hier in dem bereich gibt es kein bambus oder ich bin zu blödes zu finden das kann natürlich auch sein die farbe weicher so grünes zeug ich habe echt shit gedacht es muss lila sein ja wohl und das sauer liegt ich will ich bring fleisch heim super 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 Das gibt es nicht, Leute, es gibt es nicht. Wieder eine Axt basteln. Jetzt fehlt mir ein Stein. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich wette mit dir, ich finde jetzt hier oben keinen. So richtig typisch. Das wäre ja normal, ja. Aha. Normal. Ich sage es zum Spiel aber gegeben. Ja, einmal androhen, weißt du? Man muss nur drohen, dann geht es. So, mal waschen. Könntest du dann relativ zeitnah ein Ding machen? Feuer, ich habe jetzt echt viel Fleisch dabei. Äh, ja, okay. Ich bin gerade am Holz einsammeln. Ich bin gerade wahnsinn. Kommt, ein langer Stock noch, da. Wenn ich wüsste, dass mir nix passiert würde, würde ich da alles runterhopsen. Aber... Du kriegst schon erfunden, oder? Ich denk's mal, also... Boah, das ist schon ein schönes Hüttle. So ein bisschen ausruhen. Das reicht doch schon jetzt. Und nach Hause. So, dann machen wir mal ein Feuerchen. Das darf jetzt nicht wahr sein. Okay. Okay. I need to rest. Let's approach it out. Ich hab da nix drauf gelöst. Come on! Shit! Was jetzt? Ich war jetzt zu müde zum Feuer machen. Leck doch am Bogen. Sag jetzt nix, du. Ich bin mit 50 Kilo bepackt. 49,9 Kilogramm. Unter anderem 30 Federn. Erstmal Pfeile produzieren. Das ist super. Molinaria hab ich dabei. Fleisch. Und ich hab nix trockenes, du. Ey, das nervt echt. Wir brauchen... Wir brauchen diese Trockenstelle. Jetzt weiß ich was wir brauchen. Stimmt, die Trockenstelle gibt's ja auch noch. Ja, da kann man nämlich das Zeug drauf liegen. Dann bleibt's nämlich auch liegen. Mhm. Weil das andere Zeug verschwindet immer wieder, merke ich jetzt gerade. Weil... Echt? Okay. Ich hab jetzt nix da. Ich hab leider auch nix. Erstmal acht Stunden. Unbekannte Blumen. Tabakblüten. Getrocknet. Vielleicht geht's ja auch. Probier mal. Ich lass einen nix hin versuchen hier. Ne, geht's natürlich nicht. Das ist wieder für mich. Ist schon nix trocken. Und keine Blumen wieder auch nicht. Nix. Irgendwas... irgendwas farziges. Wenn jetzt haut doch mal so ein Blätterding zusammen, dass es nicht anfängt zu drucken. Ja, aber das dauert ewig. Ich hab was drin, weißt? Aber... Du... Blätter haben noch nicht. Jetzt wasche ich mich noch so kurz zu werden. Muss ich mich leider hinlegen. Den geht nicht anders. Das sagst du so. Boah, ich hab keine Proteine. Die sind unterwegs. Deswegen hab ich ja so wenig Energie. Ich leg mich jetzt noch mal kurz hin. Vielleicht ist bis dahin noch was trocken. Ich hatte jetzt 50,0 und schon läuft er lang. Eine Feder hab ich rausgeworfen. Geht's wieder. Jetzt Federleicht. Federleicht. So. Liebe Leute. Wir machen eine kleine... Pause... Pause hier. Jupp. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Lasst ein Abo da. Liked. Und schöne... Äh... Schöne... Ja. Schöne Grüße. Schöne... Ein Kommentar... Ein Kommentar da lassen. Oh man. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssli.